Da musst du jetzt schon mal vorbeikommen. Komm, komm, komm da. Da, da, da. Hey, hey, das ist Papa. Ich will Papa vorbeifahren sehen. Echt? Ja, er kommt jetzt. Was meinst du das? Jetzt kommt Papa. Ich hab nur noch in seinen großen Namen geboren. Und Roku war's auch. Wenn ich's sehe... Hey, hey. DJ, was machst'n du? Ja, das ist mein Papa. Der ist nämlich da. Achtung. Der hat schon den ganzen Ding umgegraben. Ja, ja. Der hat schon den ganzen Ding umgegraben. Ja, ja. Hör auf! DJ! Warum hat er den DJ genannt? Der hieß schon so. Da gehen jetzt erstmal in den nächsten, Natalie, weil sonst macht er dich gleich platt. Oh, oh. Oh, oh. Da kommt er. Bis nächste Woche. Der ist ja völlig abgefahren. Hat er mal ein bisschen gedauert, ne? Bis dann mit seinem Ball gespielt. Was macht er denn da? Der ist völlig fanat in diese Lidane Künftspiele. Der will eigentlich, glaub ich, dass die sich bewegt. Ja. Wir können ja nicht nur drum binden und ziehen. Hallo. 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 Bist du fertig? Ja. Ja, sie beobachtet nur mein Pferd, weil er gerade mit dem Ball spielt. Ah. Jetzt nicht mehr. Ja. Das kann ein Perfektion. Wie, bitte? Ich hatte den Herrn Blevardsparken. Du musst dich noch irgendwo abmelden. Nein. Bei mir. Bei dir. Okay, alles klar. Ich bin der Papa vom... Janina. Hey. Hey. Ich hab nur Hallo gesagt. Ich hab nur Hallo gesagt. Ergert sich. Der Ball bewegt sich nicht. So ein Mist. Der mag dich nicht. Der mag ja auch einsam. Ja, genau. Na gut. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Sicher, dass ihm gut geht? Meinst du, der tut was will? Was soll denn wehtun, wenn er durch die Gegend hüpft? Tschüss. 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 Komm mal her. Was hast denn du? Was hast denn du? Hä? Was hast denn du? Alles okay? Ja? Dann fängt dein Kollege da drüben an. Tschüss. Tschüss. Tschüss.